Ich nehme den anderen Tisch, das ist mir lieber. Oh cool, ganzer Sexleder hat es wieder gereicht. Also für sechs gebundene Leder, für einen Rucksack, jetzt brauche ich nur noch zwei. Ich nehme den anderen Tisch, das ist mir lieber. Lass mich mal bitte hoch, danke. Dich niemals. Ei, warum nicht? Einfach so. Aha, okay. Toll, was mache ich jetzt mit diesem hessischen Sky-Stein? Ich packe den mal da rein. Das ist ja geil. Das ist ja so geil. Rot. Bitte was? 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 Was bist du wieder am Feiern? Na, ich hab was für oben gebastelt. Ja. So? Oh. Und so. Ja. Oh. So, packen wir erstmal da rein. Achso, das ist ja noch drin. Jetzt gucken wir mal. Äh. Ob ich nicht vielleicht doch genug hab? Yay. Vielleicht auch noch für einen zweiten Tisch. Okay. Was fehlt? Kann noch ein bisschen? Ne, fehlt nix. Fehlt nix. Das ist geil. Es hat gereicht. Ach, wie schön. Sehr gut. Jetzt stellen wir aber die zwei einfach mal da hin. So. Äh. 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 So geil funktioniert das jetzt auch wieder nicht. Warte mal, ich muss mal das Schwein da befreien. Da oben. Geht ja gar nichts, sonst kommst du weg. Geht nie mehr runter. Ach lol, das sieht ja cool aus. Nicht wahr? Ja, hier meine Deconstruction Tables. Achso. Es schwebt oben wie so ein Holograph das, was ich reingeschmissen hab. Und in diesen Thermometern erscheinen dann die, ähm, Aspekte, die ich dann einsammeln kann. Okay. Das sieht voll mega cool aus. Super. Ja, so komm ich an mehr Aspekte dran, weil du kannst halt nicht ewig rumlaufen und Sachen scannen, weil irgendwann hast du halt alles gescannt. Ja. Du brauchst aber trotzdem immer wieder Aspekte und so kannst du halt irgendeinen scheiß Steine oder sonst irgendwas, was du zu viel hast, da reinschmeißen und dann, äh, kommen da entsprechend die Aspekte raus. Absolut richtig. Es ist auf jeden Fall extrem praktisch. Sehr gut. Achso, ich hab ja hier noch, genau, die anderen Rezepte. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Vielen Dank. hier fehlt irgendwie noch was oh Vielen Dank. Vielen Dank. So, das muss natürlich auch sein. So, das ist ja geil. Ich habe mir gerade einen Briefkasten vor meinem Haus gestellt. Lol. Oh. 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 So. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. 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 Äh, bist du zu Hause gerade? Ja, ich mache gerade ein Rezept. Okay. 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 auch nicht habe ich sehr gut ich habe ich sehr gut Vielen Dank. Hallo? Haben wir mal einen Ton? Nein. Gibt keinen Ton. Ton ist tot. Ach man. Ja. Ton hat's verrissen. Das ist ja ganz schön monoton. Ja, voll schlimm. Ah. Da lacht sogar ein Esel oder keine Ahnung, was ich da hab für ein Tier. Ja, ja, ja. So. Haben wir das auch gelernt? Sehr gut. Das hören wir uns dann gleich noch.